Herzlich Willkommen zurück zu einer weiteren Ausgabe der Hertha BSC News. Heute soll es mal wieder über die neuesten Transfer-News rund um Hertha BSC gehen, denn der ein oder andere Abgang bahnt sich schon bereits jetzt an. Ich würde sagen, verlieren wir nicht so viel Zeit und sprechen wir so schnell wie möglich über die erste Thematik des Tages und sprechen wir über Wladimir Darida. Wladimir Darida könnte Hertha BSC bereits schon im Winter verlassen. Ich glaube, das wäre auch eine logische Entscheidung. Wladimir Darida ist mittlerweile 32 Jahre alt und hat in dieser Saison nicht wirklich viele Einsätze gemacht. Er hat drei Bundesliga-Einsätze bekommen und einen Einsatz im DFB-Pokal. Das heißt, insgesamt hat er in dieser Saison viermal für Hertha BSC gespielt, aber man hat bereits schon in den Testspielen und in diesen Einsätzen gesehen, dass Wladimir Darida wahrscheinlich kein Stammspieler mal bei Hertha BSC wird. Seit Mitte Oktober wird er nicht mal mehr von Sandro Schwarz für den Bundesliga-Kader berücksichtigt und damit ist Wladimir Darida auf den Absteckkreis und könnte Hertha BSC verlassen, was auch absolut logisch wäre. Wir müssen unsere Personalkosten senken. Das ist absolut logisch. Der Jahresabschlussbericht zeigt, dass Hertha BSC Personalkosten einfach deutlich so hoch sind und solche Spieler wie Darida und Selke ziehen einfach viel zu viel Gehalt. Wladimir Darida verdient jährlich um die 2,5 Millionen Euro, da ist man sich nicht ganz sicher, aber trotzdem 2,5 Millionen Euro. Damit zählt er zu unseren Topverdienern und das heißt, wir sollten uns vor allem von ihm trennen, weil er eben sportlich keine wichtige Rolle spielt. Und jetzt wird es interessant. Es gibt einen griechischen Verein, der Interesse an Wladimir Darida hat und zwar handelt es sich dabei um Ares Saloniki und ich glaube, Wladimir Darida sollte diese Möglichkeit nutzen. Bei uns ist er um alles kein Stammspieler mehr. Er hat zwar in der Vergangenheit viele gute Einsätze für uns absolviert, auch in der letzten Saison waren er noch Stammspieler. Aber wir haben uns festhalten, dass es sportlich einfach nicht mehr reicht und nicht unseren momentanen Ansprüchen genügt. Und wir müssen festhalten, dass man bereits schon versucht hat, im Sommer Wladimir Darida abzugehen, dass das aber nicht so funktioniert hat, wie man es sich vorgestellt hat. Jetzt möchte ein griechischer Verein, wie gesagt, Wladimir Darida verpflichten und das heißt, sollte sich der griechische Erstligist unter Rieder einig werden, dürfte einem Winterwechsel nicht mehr viel im Weg stehen, denn Hertha BSC könnte zwar noch eine Ablöse mit ihm generieren, aber diese Ablöse wird jetzt nicht überdimensional hoch sein. Maximal, wie gesagt, eine Million, wenn nicht sogar noch weniger, falls man nicht sogar auch Darida ablösefrei ziehen lässt, ähnlich wie Davy Selke. Das heißt, Wladimir Darida könnte Hertha BSC bereits in diesem Winter verlassen und man muss auch festhalten, sein Vertrag läuft jetzt im Sommer 2023 aus. Das heißt, jetzt im Winter wäre auch nochmal die letzte Möglichkeit, eine Ablöse zu generieren, wenn auch nur eine recht geringe und ich glaube, man sollte diese Möglichkeit auf jeden Fall nutzen. Nichtsdestotrotz, dann wird es im Mittelfeld ohne Wladimir Darida schon relativ dünn. Wladimir Darida war in dieser Saison so eine Art Ergänzungsspieler, ein Ergänzungsspieler, der durchaus mal zu Einsätzen kommen kann, aber wie gesagt, ohne Darida wird es ein bisschen dünner im Mittelfeld. Wir müssen festhalten, Suat Serdar als Stammspieler zu lassen, ist mir persönlich zu risikoreich, denn irgendwie spielt Suat Serdar momentan extrem schwach und da wäre eine weitere Alternative natürlich sehr, sehr wichtig. Neben Suat Serdar haben wir Ivan Sunic, Toussaint und Boetius. Das war's. Das sind drei Spieler und wir spielen möglicherweise sogar im 4-3-3-System mit allen drei Spielern. Wenn sich da zum Beispiel einer verletzt, dann gucken wir ganz schnell, aber ganz böse aus die Röhre. Vielleicht sollten wir dort entweder einen weiteren Jungspieler an uns binden, wobei ich da nicht weiß, wer aus der U23 oder eben aus unserer U19 diese Rolle übernehmen könnte. Oder man verpflichtet, wie gesagt, noch einen weiteren zentralen Mittelfeldspieler, denn Darida war halt eben zu dieser Lückenfüller. Möglicherweise, wenn sich einer von unseren drei Mittelfeldspielern langfristig verletzt hätte, wäre Darida wieder ein wichtiger Mann geworden, aber so erstmal in diesem Saisonverlauf nicht. Ja, schwierig. Also für mich wäre dann hier ein neuer ZM eigentlich vonnöten. Vor allem da hat eben Suat Serdar einen Konkurrenten braucht, weil Suat Serdar, ey, er war in den letzten Spielen so scheiße, also wirklich richtig, richtig schwach. In den Testspielen mittlerweile hat er sich wieder halbwegs gefangen, aber trotzdem, da wäre für mich ein Konkurrent für Suat Serdar sehr, sehr wichtig. Ob wir momentan aber das Geld dafür überhaben, einen weiteren zentralen Mittelfeldspieler zu verpflichten, ich glaube, das steht in den Sternen. Und ich glaube eher, dass man nur versucht, Darida erstmal abzugeben. Aber warten wir ab, das Wintertransferfenster ist ja immer noch einen Monat, ein paar Tage hin. Bis dahin wird eben immer noch einiges passieren, rund um Hertha BSC. Aber man versucht sich von einigen Spielern zu trennen. Darida, Selke stehen ja auf der Liste, die im Winter möglicherweise den Verein verlassen könnten. Aber das sind nicht die einzigen, die auf dieser Liste stehen. Die BILD hat heute einen recht interessanten Titel veröffentlicht. Und zwar ein Artikel mit dem Namen, stehen diese drei Stars vor dem Abflug. Es geht dabei vor allem um drei Hertha-Eingewächse, die Hertha BSC vorerst schon verlassen könnten. Zum einen wird dort über Linus Gechter berichtet. Ich glaube, da brauche ich gar nicht mehr so viel drum herum reden. Linus Gechter könnte Hertha BSC im Winter auf Basis einerlei verlassen. Ich glaube, wie gesagt, das fände ich sehr, sehr wichtig. Linus Gechter hat momentan bei unserer Innenverteidigung ja nicht die Chance, sich in den Kader zu spielen. Denn Uremovic, Kempf, Rogel und Marathon Daly stehen in einer gewissen Form vor ihm. Und dort wäre es natürlich wichtig, wenn er für Spielpraxis auf hohem Niveau in die zweite Bundesliga wechseln wird. Denn dort hat ja Eintracht Braunschweig Interesse. Wie gesagt, Braunschweig als Verein mag ich natürlich nicht. Aber Linus Gechter braucht eben regelmäßige Spielpraxis. Und die können wir ihm nicht gewähren, weil wir halt eben überbesetzt sind in der Innenverteidigung. Und dort wäre, wie gesagt, ein Wechsel nach Braunschweig für ihn das Beste meiner Meinung nach. Und ich würde ihn super gerne in der zweiten Liga sehen. Denn ich glaube, dort könnte er den nächsten wichtigen Entwicklungsschritt gehen. Extrem wichtig wäre mir aber, dass wir ihn vor allem ohne Kaufpäsion ausleihen. Sollten wir ihn irgendwie mit Kaufpäsion aufleihen, ist Bobic für mich gestorben. Weil Linus Gechter mit seinen 18 Jahren ist ja für mich eines der größten Talente, die wir momentan im Verein haben. Allgemein müssen wir mehr auf unsere Jugend setzen. Denn unsere Jugend birgt so viel Potenzial in sich. Das sehen wir wirklich Woche für Woche, Monat für Monat, dass unsere Jugendarbeit auf internationalem Niveau sogar überzeugen kann. Und ich finde, wir sollten mehr, viel mehr auf unsere aktuellen Talente achten. Denn, ich habe ja gerade gesagt, drei Eingewechsel stehen vor dem Wechsel. Also, nicht nur Linus Gechter könnte den Verein verlassen, sondern eben auch Lukas Ullrich. Und die BILD behauptet, beziehungsweise schreibt, dass noch kein konkretes Angebot für Lukas Ullrich vorgelegt wurde. Und dass er aber auch noch kein konkretes Vertragsangebot von Hertha BSC hat. Und sollte das stimmen, wie gesagt, das berichtet die BILD. Da bin ich mir, wie gesagt, nicht immer ganz sicher, was die BILD von diesen Informationen hat. Denn dort liegt sie ab und zu auch falsch. Dann sollte Hertha BSC sich nicht wundern, wenn die Jugend den Verein immer und immer früher verlässt. Ich finde es, wie gesagt, krass, dass wir so viele potenziell richtig starke Jugendspieler verloren haben. Netz, Samaric, jetzt vielleicht Ullrich, Jamil Naya, darf man alle nicht vergessen. Wir haben so viele gute Jugendspieler, die locker ein komplettes Bundesligateam aufstellen können. Aber wir verlieren sie einfach, weil wir vielleicht keine Perspektive bilden. Oder weil wir eben nicht genug gehalten haben. Die Jugend ist das Herz unseres Vereins. Und für mich wäre es verdammt wichtig, wenn wir all unsere Jugendspieler, die ein gewisses Potenzial mit sich bringen, auch halten. Denn genau das ist ja das Ziel von Hertha BSC. Die Jugendspieler auszubilden und zu Topspielern machen und diese dann teuer zu verkaufen. Das ist das Ziel, wie wir in der Zukunft Geld verdienen wollen. Aber irgendwie klappt das einfach nicht. Und Ulrich, wie gesagt, wäre für mich ein Spieler, den ich auch unfassbar gerne bei uns einfach weiterhin sehen möchte. Er ist ein Linksverteidiger, der unfassbar viel Offensivdrang in unser Spiel integrieren könnte. Und ich glaube auch, dass er in Sano Schwarz mit diesem 4-3-3-System überzeugen könnte. Und ich würde ihn absolut gerne weiterhin bei uns sehen. Aber irgendwie, wenn das Vertragsangebot noch nicht konkret genug ist von Hertha BSC, damit zweifle ich, dass Lukas Ulrich auch in der nächsten Saison für Hertha BSC spielen wird. Denn Fakt ist, Lukas Ulrich wird sich sicherlich nicht nach Hertha BSC Wunsch entscheiden, sondern nach dem, wer das beste Angebot vorgelegt hat. Und sollte dann Eintracht Frankfurt, Werder Bremen oder die TSG 1899 aus Hoffenheim irgendwer ein Angebot vorlegen, was unseres überbietet, dann wird, denke ich, Lukas Ulrich sicherlich wechseln. Wir müssen aber unseren Talenten allsamt eine Perspektive aufbieten. Und die Perspektive kann es nicht sein, dass Marvin Plattenhardt mit seinen 32 Jahren und seiner schwachen Leistung Stammspieler ist. Und die ganze Zeit vor Lukas Ulrich auch. Das kann die langfristige Perspektive nicht sein. Sondern man muss auch ganz klar Chancen aufzeigen. Und irgendwie fehlt das momentan bei Hertha BSC. Denn Marvin Plattenhardt ist trotz schwacher, sehr, sehr schwacher Leistung, immer noch unangefochtener Stammspieler. Und da sollte man anfangen zu arbeiten. Hoffen wir, wie gesagt, das Beste für Lukas Ulrich. Natürlich, es wird sich ja noch ein bisschen hinziehen. Ich denke, die Verhandlungen sind entweder erst angebrochen oder sie werden eben erst im Winter starten. Ich hoffe, dass Lukas Ulrich bei Hertha BSC bleibt. Denn ich glaube, so ein Talent werden wir öfters gebrauchen können. So, soviel zu Lukas Ulrich. Soviel auch zu Linus Gechter und zu Wladimir Darida. Einen Spieler auf der Liste, den habe ich vergessen. Und zwar geht es um Marton Dardai. Marton Dardai ist, wie gesagt, eines unserer Entdeckungen der Saison 2021 gewesen. Er war Innenverteidiger, unter Pal Dardai absolut gesetzt. Und ich finde, auch unter Pal Dardai hat er die beste Zeit bei uns im Verein. Er hat absolut überzeugt. Und ich finde, dass er vor allem in dieser knappen Saison, wo wir der Relegation nur ganz knapp entkommen sind, einen richtig guten Job gemacht hat. Er ist ein Innenverteidiger, der extrem jung ist, extrem Potenzial mit sich in sich trägt. Und vor allem einen richtig starken Spielaufbau hat. Ich glaube, sein Spielaufbau war die Entdeckung der Saison 2021. Er wurde auch in dieser Saison von den Fans zum Spieler der Saison gewählt. Und das zeigt halt eben auch, was er für ein besonderer Spielertyp war. Ich finde, wie gesagt, dass Marton Dardai auch ein Spieler ist, auf den wir weiterhin setzen sollten. Er ist dann erst 20 Jahre alt. Er ist erst 20 Jahre alt. Und ich glaube, mit 20 Jahren hat er noch extrem Potenzial in sich. Und ich finde, auch in der U21-Nationalmannschaft sieht man, dass er immer und immer wieder performen kann. Dass er immer und wieder überzeugt. Und ich würde ihn unfassbar gerne bei uns weiterhin sehen. Aber irgendwie fehlt ihm momentan die Perspektive. In 15 Bundesligeeinsätzen hat er erst 7 Spiele absolviert und davon auch erst 1 in der Startformation. Und das ist schon extrem wenig. Denn er ist bei uns einfach kein Stammspieler. Seine Leistungen sind nicht mal mehr so stark wie vor einigen Jahren. Zum Beispiel in der Saison 221. Dort war er wirklich unangefachtener Stammspieler. Aber seitdem hat er sich nicht wirklich verbessert. Und Sandro Schwarz setzt, wie gesagt, eben nicht weiterhin auf ihn. Man muss festhalten, ja, er hatte jetzt vor kurzem eine Schienbeinverletzung und danach war er gar nicht mehr im Kader. Es ist extrem schade. Ich hätte Marton Dardai unfassbar gerne bei uns weiterhin gesehen. Denn ich glaube einfach, dass seine Qualitäten uns durchaus weiterhelfen können. Weil er halt eben ein Innenverteidiger ist, der zwar noch jede Menge lernen muss, der zwar, wie gesagt, nicht den besten Zweikampf und das beste Stellungsspiel hat, aber trotzdem mit seinem Spielaufbau Spiele an sich reißen kann. Ja, er ist ein riesiges Talent meiner Meinung nach. Und das zeigt er ja auch in der U21-Nationalelf. Und ich würde ihn unfassbar gerne bei uns sehen, aber ich bezweifle, dass wir ihn, wenn wir ihm keine langfristige Spielzeit geben können, halten können. Und so sieht es auch aus. Marton Dardai könnte, wie gesagt, im Winter Hertha BSC verlassen. Er hat einen Vertrag bis zum Jahr 2025. Das heißt, es ist nicht so eine Thematik, dass er möglicherweise ablösefrei wechseln könnte, sondern wir werden für ihn wohl wahrscheinlich eine Ablöse kriegen. Wie hoch diese Ablöse ist, das steht natürlich in den Sternen. Sein Marktverdienst bei 3 bis 5 Millionen Euro. Und wie gesagt, ich würde Marton Dardai nur ungern abgeben. Für mich ist es ein riesiges Talent. Aber seitdem Pal Dardai weg ist, läuft er eben auch seiner richtigen Form hinterher. Und es kommt immer mal wieder mehr das Gerücht auf, ob er nur als Sohn von Pal Dardai eingesetzt wurde. Wobei das für mich auf jeden Fall nicht der Fall war. Denn er hat durchaus schon überzeugen können. Insgesamt hat er für Hertha BSC allgemein schon 32 Spiele absolvieren können. Zwei Forderungen gemacht. Er war unser Standardschützer. Ich finde, er hat auch vor allem am Anfang der Saison 2021-2022, in dieser Abstiegssaison eine sehr, sehr wichtige Rolle einnehmen können. Leider war er immer und immer wieder verletzt. Und das war der Grund, warum er so ein bisschen aus der Bahn geschmissen wurde. Die Verletzungen haben ihm das Leben sehr, sehr schwer gemacht. Ich hoffe, wie gesagt, dass Marton Dardai bleibt. Noch wird nicht von konkreten Interessenten berichtet. Aber wir wissen von den Transfer-News vor ein, zwei Jahren, dass auch Marton Dardai in der Bundesliga einen gewissen Markt hat. Ich bin gespannt, was dort alles im Winter passieren wird. Und offenbar steht Hertha BSC mal wieder vor einem Mini-Umbruch. Einige Spieler könnten wechseln, einige Eingewächse konnten wechseln. Auch Wladimir Darida steht vor dem Wechsel. Und das war es mit diesem heutigen Video. Ich hoffe, dieses Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst unfassbar gerne ein Like da. Wir sehen uns morgens in einem neuen Video wieder. Dort gibt es wahrscheinlich den Vorbericht zum Spiel gegen Japan. Das Deutschlandspiel gegen Japan. Schaltet gerne ein. Abonniert ganz gerne diesen Kanal, um auch in Zukunft nicht so weiter und die Bundesliga zu verpassen. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dahin, genießt den Abend und tschüss. Bis zum nächsten Mal.